Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit Letzter Schluss. Weiter geht es mit einer weiteren Runde Desktop-Wichteln in der zweiten Adventswoche. Genau, heute gucken wir uns wieder einen weiteren Desktop an, der irgendwie so ein bisschen ungewöhnlich ist. Und es ist heute, ich gucke mal rein, es ist UQI. Also vorhin in den Folien stand was anderes drin, aber ich wollte diese Woche jetzt nicht wieder so ein Doppel-Dings machen, sondern bloß eine einfache Folge, damit ich vielleicht nochmal was anderes euch zeige. Ja, soviel dazu. Also UQI ist laut Eigenwerbung einfach und leicht zu bedienen, stabil und verlässlich, leistungsstarke Funktionen sind enthalten und freundliche Anpassungen. Ich meine, das Ganze ist ein chinesisches Projekt, da kommt es jedenfalls erstmal her. Und zum Thema Eigenwerbung gibt es einen Desktop, der damit wirbt, dass er schwierig zu bedienen ist oder total kompliziert ist, dass er instabil und unzuverlässig ist, dass er nicht leistungs- also keine Ahnung. Und dass man ihn freundlich, also unfreundlich anpassen kann? Ich weiß es nicht. Aber schauen wir mal, was von diesen Werbeversprechungen übrig bleibt, nachdem ich mir das jetzt mal angeguckt habe. Wie bei den anderen Desktops auch, habe ich mir den vorher nicht angeguckt. Von daher packen wir den zusammen aus und gucken, was da drin ist, was der Wichtel für uns heute eingepackt hat. Fangen wir allerdings wieder mit dem XFCE Desktop an, mit dem wir auch ganz am Anfang in der ersten Folge zu Sparky Jungs begonnen haben. Und starten wiederum dieses tolle Programm, was nämlich heißt Aptus App Center. Und da brauche ich natürlich mein Passwort für. Darüber kann man mich super einfach zusätzliche Desktops nachinstallieren. Das macht irgendwie so ein bisschen den Reiz von dem Sparky Linux für mich aus, weil das so eine 2-3-Klick-Installation ist. Also auf Desktops draufgehen. Und dann haben wir hier diese Auswahl von verschiedenen Desktops mit, ja, was man so kennt oder auch nicht kennt. Also KDE kennt man natürlich. Und Trinity, was ich immer wieder gerne benutze. NS-CDE hatten wir. Und CDE hatten wir auch schon mal eine Folge. Das haben wir zusammen ausgepackt. Und heute öffnen wir das Päckchen, was heißt UQI. Dann geht das Fenster einmal zu. Das gehört so. Hat mich am Anfang auch gewundert, aber es soll so sein. Und dann kommt hier, was da alles mit installiert wird, wenn ich dieses Paket installiere. Also Sparky Desktop minus UQI. Und da sage ich jetzt bloß noch installieren. Dann läuft die Installation im Hintergrund weiter. Dann werde ich noch einmal gefragt, ob ich jetzt diese ganzen Pakete, diese Abhängigkeiten installieren möchte. Und das möchte ich natürlich. Ja, und dann bleibt eigentlich bloß ein bisschen warten, bis das durch ist. Je nach Internetverbindung geht es natürlich etwas schneller oder dauert länger. Je nachdem. Und wie schnell oder langsam euer Rechner ist, naja, ihr wisst das ja. Genau, dann gucken wir uns gleich mal an, wie das aussieht. Und schon ist es auch fertig. Ich habe nicht hingeguckt. Ich habe mir in der Zwischenzeit ein T gemacht. Ja, und jetzt gehen wir auf Beenden drauf und hier Exit und einmal abmelden. Da und abmelden. Und wenn alles gut geklappt hat, müssten wir jetzt gleich hier was Neues zum Auswählen haben. Da haben wir UQI. So. Benutzer, Passwort. Und. Hm. Das war eine schnelle Folge. Viel Spaß mit UQI, wenn ihr es selbst ausprobieren wollt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und überhaupt. Damit das Desktop wichteln, die es mal nicht zum Schrott wichteln wird, habe ich jetzt nochmal ein Sparky 7 installiert. Das basiert auf Debian 12, also dem aktuellen stabilen Debian. Und mal gucken, ob UQI, was ich jetzt auch nachinstalliert habe, hier funktioniert. Also bei dem anderen Sparky Linux 8, was ja ein Rolling Release ist, was aktuell auf dem Debian 13 basiert, was noch nicht rausgekommen ist, habe ich es nicht hingekriegt. Ich habe verschiedene Sachen durchprobiert. Ich habe andere Display Manager installiert, also andere Anmeldemanager. Da habe ich den GDM3 versucht. Den SDDM habe alle UQI Pakete nochmal nachinstalliert, weil es dort so eine Fehlermeldung gab, dass irgendeine Komponente nicht da war. Org, Settings, Demon, UQI, Blafasel und Dingsbums. Ja, also von daher habe ich das Sparky Linux 8 an der Stelle abgeschrieben. Und mal gucken, gleich werden wir sehen, ob es klappt. Ich drücke hier auf Anmelden und dann haben wir ein... Ja... Also ich habe kurz was gesehen, ihr wahrscheinlich auch, aber... Also der Mauszeiger ist schon mal ein anderer, aber das war es an der Stelle auch jetzt schon wieder. Ich probiere jetzt nochmal, ob ich dem Ganzen ein bisschen Grafikspeicher dazugebe. Wird da ein Grafikspeicher da? Und vielleicht liegt es daran, halte ich es zwar nicht für sehr wahrscheinlich, aber probieren werde ich es jetzt einmal noch. Also bis gleich. Da bin ich jetzt auch wieder. Ich habe den Grafikspeicher von 16 MB auf 128 erhöht. Und das ist jetzt auch wirklich der letzte Versuch. Wenn wir jetzt gleich was sehen, sehen wir was. Und ansonsten war es denn ein eher nicht so schönes Paket. Es hat letztendlich funktioniert. Das ist sehr schön. Gut, das ist also Sparky Dinox, was ich als letztes gemacht habe, war diese Virtualbox-Gasterweiterungs-CD reinzupacken. Da habe ich diese Erweiterung installiert und der Dateimanager ist offen. Ja, sieht dann so aus. Eine Kombination aus bunten und nicht so bunten Icons, also schwarz-weiß letztendlich. Und ja, da haben wir denn die Möglichkeit, auch wieder was auszuschmeißen. Das Ganze richtet sich an Benutzer, die aus dem Windows-Umfeld kommen und die sich hier schneller zu Hause fühlen sollen als vor vielleicht einem XFCE-Desktop oder sonst irgendwas. Von daher ist es so ein bisschen so angehaucht von den Icons und so weiter. Wir haben hier schon einen Samba-Server mit drauf. Da ist schon was drin und man kann sich höchstwahrscheinlich damit sehr einfach mit anderen Windows-Systemen verbinden oder hier Dateien freigeben. Ja, das haben wir da. Und was haben wir hier? Da können wir umschalten und die Reihenfolge ändern. Dann und Optionen Show hidden. Da müsste ich jetzt ja unter meinem Verzeichnis hier, Favorite Desktop-Dokumented-Bilder. Achso, so komme ich da hin. Da habe ich denn diese ganzen versteckten Dateien mit drin. Ja, und kann damit kopieren. Moment, habe ich schon zu viel versprochen. Genau, kopieren kann ich das Ganze woanders wieder einfügen und so weiter und so fort. Und was haben wir hier überhaupt erbaut? Das ist ein, ja, Peony, Pony. Ja, das haben sie wahrscheinlich denn selbst entwickelt, oder? Gucke ich nachher nach, blende ich nachher ein, wenn ich das rausgefunden habe. Dann mal schauen, was wir hier noch haben. Also, E-Mail-Programm. Das dürfte wahrscheinlich wieder Thunderbird sein. Ja, genau. Den gibt es dort. Und Bildbetrachter. Das ist, ach, das ist doch bestimmt EOM, ne? Eye of Mate. Kriegen wir es darüber? Ne. Ach da. Ja, G-Pic View ist das. Okay. Das ist der Bildbetrachter, der dort vorgeschlagen wird. Das kann allerdings auch sein, dass das über das XFCE mitkommt. Ich habe wiederum die XFCE-Version von dem Sparky Linux, die ist mal in der Stable-Version basierend auf dem Debian 12 installiert, dass das da insofern mitkommt. Das sind denn wahrscheinlich keine Okui-eigenen Programme, wie vieles andere auch. Das haben wir ja schon bei CDE und NSCDE gesehen. Da ist eine Menge mit dabei, sowas wie LibreOffice. Das sind natürlich keine nativen Programme, die zu dem Desktop gehören. Aber man kann sie natürlich auch verwenden. Genauso wie das hier. Das gehört zu... Also es ist in GTK geschrieben und es gehört wahrscheinlich ursprünglich zu GNOME. Ja, aha, interessant. Interessant. Es holt Nachrichten ab. Okay. Hm, einfach so. Kannte ich noch nicht. Interessant. Da kann man so... Ach, okay. Interessant. So ein Newsreader, der von verschiedenen Quellen Artikel einliest und schon mal so eine Zusammenfassung zeigt. Was haben wir denn hier noch? Set Background. Das hier... Hm. About. Settings. Das heißt einfach nur Settings. Das hier könnte wirklich was Eigenes sein, denn es ist auf kailin.os.cn, also für China. Das könnte was Eigenes sein, genauso wie hier. Aha. Okay, gut. Da kommen wir jetzt zum interessanteren Teil. Also das sind die Einstellungen direkt für das Keilen, beziehungsweise für das UQI. Da könnte man mal durchgucken. Ah, okay, hier sind jetzt auch Einstellmöglichkeiten für, ja, für den Bildschirm, für Touchscreen, ist ja nicht drin. Die Fault App. Okay, gut, da können wir jetzt festlegen, welchen Browser wir standardmäßig haben möchten, welches E-Mail-Programm, womit wir Bilder angucken wollen. Bildbetrachter. Audio-Player, Video-Player und Text-Editor. Was passieren soll, wenn... Also das sind Stromsparfunktionen, so wie Konfigurationen dafür, was macht man oder was soll passieren, wenn man hier den Power-Knopf drückt. Ja, also Shutdown ist eher so das, was ich haben möchte. Auto-Boot. Und, achso, Dinge, die beim Starten von dem Desktop höchstwahrscheinlich mitgestartet werden sollen. Kann man ausmachen, habe ich hier drin in der virtuellen Maschine nicht. Dann hier so eine Zwischenablage und verschiedene andere Komponenten. Hier das Welcome von dem Sparky Linux. Irgendwas, was keinen Namen hat. Äh, keine Ahnung. Ich brauche es ja sowieso nicht, also von daher kann ich es jetzt auch kaputt machen. Und man kann beliebige andere Programme auch noch hinzufügen, die beim Desktop-Start denn mitgestartet werden. Jo. Klingt ja eigentlich ganz sinnvoll, das Ganze. Und von der Aufmachung her richtet sich das wirklich an Windows-Benutzer. Also diese zwei farbigen Icons sind wieder da und, ja, von daher wird man sich wahrscheinlich dort halbwegs zurecht finden. Devices, da können wir Drucker und Scanner hinzufügen. Ah, okay, den haben wir ja auch schon mal gesehen. Den, ähm, ja genau. Die Sting von Red Hat da von 2012 zum Einstellen von Druckern, Scannern über Cups. Das ist mir unter CDE bzw. NSCDE auch schon aufgefallen. Vor allem hier 2012. Vielleicht wird das weiterentwickelt, aber keiner hat diese Jahreszahl nochmal hochgeschraubt. Oder Red Hat hat sich davon verabschiedet und irgendjemand anders macht das. Von daher macht das alles sein. Ja, dann haben wir hier noch Maus. Einstellungsmöglichkeiten für die Maus. Linkshänder-Maus, Rechtswänder-Maus. Geschwindigkeit, wie das beschleunigen soll. Doppel-Klick-Geschwindigkeit und was weiß ich. Alles das, was man von anderen Desktops auch hier kennt. Dann die Tastatur. Auch wiederum wie, ähm, ja, wie schnell was wiederholt werden soll, wenn man eine Taste festhält. Dann hier verschiedene Tastaturkürzel, die man auch erweitern kann, um eigene Programme, die mit einem Tastaturkürzel ausgeführt werden. Also kann man was hinzupacken, keine Ahnung, Schnellabschaltung vom System oder machen Bildschirmfoto mit einem anderen Programm, irgendwie sowas. Und hier haben wir ein paar, die, ja, die da schon vordefiniert sind. Dann zum Thema Ton. Da haben die sowas wie Parvo Control auch drin. Also man kann mit Puls Audio, beziehungsweise, vielleicht ist es hier schon Pipewire drin, mit konfigurieren verschiedene Möglichkeiten, um die Ausgabe, also wenn ich jetzt Kopfhörer auf hätte, könnte ich das hier drüber einstellen. Oder für Mikrofone das hier, Systemtöne, Systemtöne kann ich hier einstellen für extra, ähm, ja, was weiß ich, Aufwachmusik, pulum, pulum, irgendwie sowas. Kann man alles einstellen oder auch ausmachen. Dann zum Personalisieren haben wir hier natürlich Hintergrundbilder. Da haben wir einen Drachen, Glücksdrache, wahrscheinlich. Da haben wir hier einen Fisch. Da haben wir nochmal einen Fisch und sowas hier, wir können auch, ja, irgendwie online wohl gucken, verschiedene andere Sachen hier lokal verwenden, die wir abgespeichert haben. Dann haben wir hier Themen. Achso, es ist im Moment weder das eine noch das andere aktiviert. Ich das hier jetzt wollte. Ah, okay, das springt sofort um. Aber ich bin damit eigentlich ganz zufrieden. Dann kann man hier noch die Mauszeiger einstellen. Ah, okay. Das ist mal was anderes. So ein bisschen bunt mag ich ja sowieso immer lieber, aber das ist euch natürlich überlassen. Wenn ihr das verwenden möchtet, nehmt das, was ihr am liebsten mögt. Dann, äh, Performance Mode. Okay, also das bezieht sich bloß auf Transparenzen. Wenn ich das ausmache, genau, hier sieht man es. Also ich finde Transparenzen eigentlich immer lästig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sowas hier, also ich möchte den Hintergrund nicht sehen. Das mag vielleicht mal eine interessante Spielerei gewesen sein, um damit anzugehen. Oh, guck mal, mein Desktop kann auch Transparenzen. Aber für, um es lesen zu können, finde ich es eigentlich immer ein Nachteil. Dann Bildschirmschoner. Kann man anmachen. Dann läuft da irgendwie, oder? Okay, da kann man dann so ein Sperrbildschirmbild hinterlegen, weil man es wollte. Was haben wir da? 20.04. Ja. Ja. Irgendwie so. Dann kann man hier noch die Größe festlegen. Und, ja, sehe ich ein Font aus, oder? Oder auch nicht? Also man kann sich jetzt kein Font aussuchen. Und für, ja, Modus, Space, Fonts, also welche, wo jeder Buchstabe wirklich dieselbe Breite hat. Also sowas wie ein W und ein I hat genau dieselbe Breite auf dem Bildschirm. Was natürlich praktisch ist für Programmieraufgaben, wo wirklich die Buchstaben untereinander so aufgereiht sein sollen, in so Spalten und so weiter. Dafür sind diese Monospace-Fonts immer ganz gut. Da kann man sich einen aussuchen. Ach so, genau. Bildschirmschoner hier. Da haben wir den UkuI Bildschirmschoner. Der sieht den View. Ach so, oder? Ah, nein. Ich lasse die Maus los. Okay. Das ist vielleicht ein chinesisches Sprichwort. Mögen in deinem Leben genug Wolken sein, um einen wundervollen Sonnenuntergang zu bescheren. Oder so. Mal ganz frei übersetzt. Und da unten steht dann, ja, du hast jetzt so lange Pause gemacht. Das ist so ein bisschen, ähm, vielleicht so eine leichte Aufforderung. So, du hast jetzt so lange Pause gemacht. Jetzt arbeite mal wieder. Was? Das reicht auch. Vom Pause machen wird keiner reich oder so. So, einmal bewegen die Maus und dann sind wir wieder zurück. Da gibt es denn auch Galaxy und irgendwas anderes. Ja, gut. Dann kann man hier, äh, Icon Log on Menu. Mal gucken. Da, da habe ich jetzt diese Mülltonne. Und wenn ich das wegmache, habe ich diese Mülltonne nicht. Okay, gut. Also, da kann ich mir in mein Startmenü zusätzliche Punkte reinholen oder auch nicht. Dann haben wir hier Netzwerkverbindung, also Network Manager in anderem Gewand. Dann VPN. Ja, hier kann man VPN einstellen, Proxy einstellen. Ja. Dann Benutzer verwalten kann man hier drüber. Ich kann auch einen neuen Benutzer anlegen. Dem, äh, ja, entweder Standardrechte geben oder auch Administratorrechte. Dann natürlich hier Uhrzeit einstellen, wogegen synchronisieren. Also, hat das sogar aus? Okay. Okay, Zeitserver. Kann ich mir einen aussuchen, weil ich den hier haben möchte. Ich muss hier nochmal ein Passwort eingeben. Ja, dann Zeitzonen konfigurieren. Dann, achso, okay. Also, teilweise ist es ja übernommen. Also, ich habe ja beim Installieren festgelegt, ich möchte es auf Deutsch haben. Also, von daher, Berlin als Zeitzone wurde übernommen. Und ich denke mal hier, äh, genau. Tastatur wurde auch übernommen. Aber vieles andere ist einfach auf Englisch. Also, genauso wie hier. Ähm, das hier. Achso, okay. Es gibt bloß USA und China. Von daher bleibe ich lieber da. Mal gucken, ob ich noch Sprachen nachinstallieren kann. Also, und? Ich würde jetzt mal sagen, nein. Also, es tut sich nichts. Vielleicht poppt das gleich noch irgendwie auf. Aber ich gehe schon mal weiter zum nächsten Punkt. Update. Da haben wir... Achso, und der Update ist Backup. Okay, gut. Äh, also hier kann ich Sachen, ähm... Also, da fehlt, ist wahrscheinlich irgendwas. Also... Hm. Also, ich habe das wieder so installiert, wie ich das auch unter dem Sparky Linux 8 euch gezeigt habe. Also, in dem Aptus, ähm, Paketmanager, diesem, ähm, Application Center, habe ich das Profil genommen für den Okui-Desktop. Dann ist das durchgelaufen, hat diese Pakete mit installiert, die, äh, die Maintainer meinten, dass sie ja zugehörten. Und vielleicht muss ich für diesen Backup-Teil per Hand noch irgendwas nachinstallieren. Aber... Ja, gut. Also, die Mühe will ich mir nicht machen. Das ist unverändert so, wie es quasi aus der Tüte fällt, ohne dass ich da nochmal hier, äh, Zeit reingesteckt habe. Also, so wie ihr das auch kriegt, wenn ihr das unter einem Sparky Linux 7 ausprobiert. Dann haben wir noch den letzten Punkt, Messages. Da können wir noch einstellen, wer, ähm, ähm, ja, wer, wer Nachrichten schicken darf. Also, dieser Dateimanager, wahrscheinlich der Netzwerkmanager, also den wir da unten wahrscheinlich auch nochmal haben. Und dann, ach so, so eine, ach, das geht auch nicht. Default Engine. Also, da scheinen wirklich einzelne Komponenten zu fehlen, die man über Pakete vielleicht nachinstallieren kann. Hm, ja. Und dann haben wir hier noch About, Keilen Linux Desktop Version 10 Service Pack 1 von 2021. Also, ist jetzt auch nicht mehr das, äh, frischeste. Ja, vielleicht hätte sich in der Version, was unter Sparky Linux 8 nicht funktioniert hatte, äh, da was gegeben, sodass es da funktioniert hätte. Hier unten die Icons, da habe ich, ja, den Netzwerkmanager in der Variante. Hier stand's den Keilen Networkmanager. Dann haben wir hier so eine Sidebar, Plugins, Notes. Okay, also so ein kleines Haftnotizenprogramm, wo man Sachen eintragen kann. Das, oder, ist das Payon? Lustiges Raten von Anwendungen, was könnte es sein? Ich kenne die ja nicht. Okay, da kann ich noch ein mehr machen. So, wenn ich das wieder dicht mache, das und das da, wieder dahin gehe und da drauf, ist es weg. Hm. Das nehme ich jetzt einfach mal so zur Kenntnis, dass das so ist. Vielleicht bedient man es anders, vielleicht mache ich das falsch, vielleicht darf ich das nicht klein machen. Aber es ist in the front, die lese so, open. Ja. Hm. Gut, ähm, ja, Lautstärke-Einstellung. Dann haben wir hier Rise Up VPN on. Donnera, mal gucken. Turn off Rise Up VPN. Keine Ahnung, da gucke ich wirklich nochmal ab, was das soll. How to uninstall. Hm. About. Rise Up. Ah, das ist keine Produktplatzierung. Ich kenne es wirklich nicht. Ich werde nicht dafür bezahlt, egal was es jetzt ist. Okay, was ist ein VPN? Das weiß ich ungefähr, aber warum sollte ich das wollen? Ja, okay, also es verspricht euch, dass euer Internet dadurch sicherer wird, dass ihr vielleicht weniger abgehört werdet. Und gerade in einem Desktop, der fürs, obwohl das kann ja auch durch XFCE dazukommen, weiß ich nicht, ob es daher jetzt kommt durch den anderen Desktop, den ich installiert habe. Aber prinzipiell, gerade was China und Sicherheit angeht und ja, nicht abgehört werden, das passt irgendwie nicht so zusammen. Also von daher finde ich es erstmal komisch, dass da sowas mit drin ist. Aber es kann natürlich sein, dass es auch durch das ISO mit installiert wurde, wo ich das XFCE, XFCE, ja, XFCE ISO von dem Sparky Linux 7 genommen habe, dass es daher kommt und nicht durch das UQI Desktop Paket mitkommt. Ja. Gut, das haben wir denn so halb auch geklärt. Ja, also das denke ich mal, ist es denn auch, dass wir die Sachen gesehen haben, die, also genau, dann lade ich natürlich wieder da, die jetzt so ein bisschen spezifisch für den UQI Desktop sind. Ja, probiert es gerne aus oder lasst es bleiben. Das war es dann auch für die erst mal mit dem UQI Desktop, der ja doch so ein bisschen Startschwierigkeiten hatte. Und ja, also für mich jetzt keinen großartigen Mehrwert gebracht hat an irgendeiner Stelle. Das habe ich so irgendwo anders schon mal gesehen, aber ich kannte ihn vorher nicht. Von daher war es doch interessant, das mal so zu sehen. Insofern hoffe ich, dass es euch wieder geholfen hat. Probiert es gerne aus, macht es nach, lasst es bleiben. Ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017